Für mich war es ein Fährreich, hier sind wir die Typ zu sehen. In Fandauern haben wir ein Wächter-Täumer und ein Schwandreich, dass wir vielleicht mehr mit aller Flüge drin haben, weil wir ein Täumer, das am Gottesdienst gut geht, und viele Menschen kennen, dass das Täumer wurde auch richtig gebraucht. Dort haben wir keine Träume, sogar die Früge. So, du hast das ein bisschen gebraucht von dir. Vielleicht noch ein Dreher, nicht? Über die Früge oder die Träume, das ist das Schwierigste. Ja, du hast es einfach nicht nur, okay, wir sind jetzt so schön gegangen, wir haben uns noch mehr Videos, und dann lässt du dir das in der Sünder, statt jetzt ohne Geld, und das ist nicht so leicht. Ich kriege auf das, weil ich deine Frau stelle. So, erst mal ein bisschen, unsere deutschen Menschen haben das so geholen. Wenn sie schon in der Stadt sind, dann haben sie ein Dulldulasch. Und dann abends haben sie das so geholen. Die waren fast für drei Monate in der Stadt fahren, wo wir ein Dulldulasch machen, und dann waren wir drei fahren, und dann waren wir mal vielleicht ein Dulldulasch, und dann waren alle so leise. Wo sitzt ihr dort? Ja, ich wollte mal ein Tieter aufhangen, und dann wollte ich mit Immigration schaffen, und dann wollte ich dort mit anfangen, weil es dann können abbrechen. Mädeliden mit jemanden hier haben können, und können nicht Papier haben. Und dann fange ich mit an, und da sind aber nicht so viel einfache Weg, für Menschen hierher zu kommen, denn wenn sie schon einmal hier sind, hat keinen Dulldulasch, die sind hier, und dann sind die hier nicht abbrechen, und dann haben sie eine sehr, sehr schwierige Tieter. Wenn es hier doch sündlich ist, das ist hier doch viel näher, als für den Beispiel in Mexiko. Du kannst ja auch bald irgendetwas anfangen, wo dann steht es dort näher weg. Freue mich dann noch mal, weil wir in Mexiko fahren, und dann sind immer Topes. Und dann steht es, haben wir Spiele mit Sands, und ich sage immer, wenn die Menschen nicht, weil die Hörsam sind und Sands sind, dann machen sie nur unten wie ein Topes. Und hier haben wir die Sätze, und hier sind sie viel näher. So hier haben sie mal Papier in Dollar Topes, das ist irgendwo, das ist nicht einfach, wenn hier wer hinkommt, der bleibt vielleicht, und ich wollte nur noch stets fahren, und wir hatten nur 10 Dollar im Werk, aber die denken noch nicht an, die machen 10 Dollar, der Mann hat hier für eine Wohnung, und so ist dort sein, und dann ist es nicht so einfach. Ich denke, Menschen sollen Dollar bedenken, ich weiß, wenn wir in Kanada wohnen, dann sind die Menschen, die wollen auch nicht alle durchgewerden, dann sind die sich eine Dollar spielten, und dann sind wir nicht so. Wir sind so, aber wir müssen mit 10 Dollar spielten. Ich kann mal sagen, dass das vielleicht ein Bett gehen, da waren dort alle geschaffen, und ich werde überrasch, das zweite von den Heißen, die wir heute in den Videos gecheckt haben, die werden von Kanada. So wenn wir in den Bett gehen, in Kanada reden, dann waren die vielleicht alle abhören, und wir hatten zu sehen, wirklich daran. Ich kann mal sagen, wenn wir in Kanada fahren, bei den Schafen, wenn die bloß genug Geld mit haben, und die Füße treten können, und wir würden nicht sein, da sind geblieben. Wir bleiben bloß drei Schafen, weil bloß die Ruhe zu viel haben, und die können bei dir kommen, was anders wird, oder auf die Scharren. Aber, und ich denke, da hast du auch einen Wassertort hier. Die kommen hier hin, weil wir kommen hier mal hin, wieder hin, und wir müssen noch mehr modellieren, dass wir schon mal eine fahrige Wohnung haben, damit wir wiederkommen können. Und ich sage, das ist nicht so leichte Papier, und wir haben uns das für einiges gehört, weil wir einen Dealer aufhören, und wir haben die Schafen, und wenn ich so schaue, mir fehlt mal dort nicht mehr was, dann wird es nicht so leichte. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. So, ich habe drei, und an diesem Tag noch, wo wir wirklich, wo wir das essen, und dort ist, über den Helden, der ist gelastet. Diese Frau, ich habe uns den Helden gelastet. Ich bin, woher, und dort habe ich gefragt, von Jungen, aber ganz äldre, Männer, frühe, Jungen, haben wir alle diese Frau gestalten. Und ich würde die Frau nicht stellen, sondern sie beantworten. Ja, das ist eine, mir ist das eine große, mir ist das schwierig, das zu beantworten, und nicht mehr immer das Recht beantworten. Ich würde, ich würde sagen, dass ich nicht irgendwem, würde, entdeuntig hätte geben, dass sie würde, entdeuntig sein, übersehen, oder wenn ich wirklich hätte, würde ich gleich nicht frei zu machen, wenn sie die Frau, Frau, und das nicht geworden ist mit mir. Ich würde gleich anzufangen, mit einfach, mit einfach vertellen, was ich beleid. Ich habe diese Frau selbst, wie am Glauben, und ich fühlte die Frau, mir ging es abrächtig schön im Haaren, mir ging es so schön im Haaren, dass die rochen Gebieten ankommen, und alle Geschwistern, und Gesächter, und das Gesang, ging mir abrächtig schön bei der Handwärmelung, und kräbeln mich da zu hängen, über diese Frau, weil ich auch ganz im Frieden wäre, und auch jedes Mal kennt mir eine Frau, und ich hatte auch Frauen, wie wir hatten, und ich weiß, ein Sündachsmaß, auf Sündachschaul, dann habe ich die Frau da, und wir hat die Sündachschaul-Lehr, wie von den Hellen Gästen, und dann habe ich Markus Kapitel 3 da, und ich sagte, dann habe ich nur den Lehrer, und ich bitte, ich habe bestimmt mal den 21. Verschlesen von Markus Kapitel 3. Ja, dann sage ich, ob wer jeden in den Hellen Gästen lasst, hat keine Vergebung in euch gehört, ob er das euer Sinn schuldig. Und ich lese das Verschlesen mir direkt, und ich frage mich selbst, wo kann ich das nicht mehr weiter, und ich sage es auch noch, und ich habe mir die Bibel auch, und ich habe mir die Lieder, und wenn ich einmal dann, als ich das lesen, dann habe ich mich einmal treu, und dann fange ich das Verschlesen, so, ich möchte einmal mal den 22. Verschlesen, ich glaube, du hast die Antwort, du gibst mir dann die Antwort für diese Frau. Dann sage ich, in die Schrafgeleide, die von Jerusalem gekommen wären, seh den Heihaft dem Bezebohr, und durch den Bezebohr zuerst der Diamonen, treffe heute der Diamonen nicht. Okay, das wird der Antwort für mich. So, irgendwer fragt man immer, hat man immer der unvergebliche Sinn begonnen? Und das ist nicht schwierig, ich denke, und manchmal glaubt man immer, das ist doch sehr, sehr schwierig. Aber, ich denke, ich denke, hier ist die Frau, wo, wo, man kann einen kleinen Siedpunkt beibringen, wo, wo, wo geht das hier? Was wird der Kontext hier? Der Kontext, was Jesus hier vertellen hat, die hat dann die Vergebung von der Sinn im Lange, aber der andere Ding ist, dass, wie, der Wunder Gottes dem So tun, die ihr vergeben habt, dort ist, das schwierige Ding hier. Jesus hat ein Wunder gedoen. Ja. Und, in der Neugehundheit, dem So tun, die ihr von was Jesus gedoen habt, ein Dura Pan, und, ich würde hier gleich empfunden, auf was andere in die Hand zu bringen, was für mich sehr wichtig ist, und das ist der 28. Pfad, wo ich das mal lesen? Das sage ich, worauf, sage ich, alle Sünden, wurden den Menschen sehen, vergeben worden, in der Lastere, mit dem immer der Lastere. Okay. So, was sagt Jesus hier? Wir kennen doch noch, wir wollen doch kennen, ich glaube, wir haben ihn nicht gesehen, weil, man irgendwie ein Tisch studieren hat, dort gibt es andere Städte, wo das auch von ihr schreben, als die auch lesen, und bei Matthäus, du sagst dort, ähm, da habt ihr gekriegt, und sagt, dem Sehen Gottes geht, der Lastere, und dort wird, und, 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 das will, und, 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 und und, ich denke, das ist ein ganz, ganz schwierig Ich will eine Geschichte vertellen, um das bewiesen, dass Jesus so viel zugegeben hat. Wie kann man es nicht verstehen, wovon er zugegeben hat. Wir Menschen sind so, Jakob, du sitzt in zwei Sessions, drei Sitzstück, kann ich ihr mal drei Stehen gehalten und du vergiffst mir das nicht zu erscheinen. Aber die Fläche sind, dass man immer zugekommen kann. Man kann immer sagen, okay, du bist zugegeben geworden. Ja, du hast dich nicht zugegeben. Also Menschen sagen, ich konnte ihn nicht zugegeben. Und ich verstehe die Gedanken dabei. Ich bin auch ein Mensch, ich habe so viel gelebt. Ich verstehe die Gedanken dabei, ich konnte nicht zugegeben. Aber wirklich, was er sagt, ich will nicht zugegeben. Das ist wirklich, wo das kommt. Das ist in der Wirklichkeit, wo das kommt. Und hier sagt er, sogar das, was zugegeben hat, was wir gelastet haben gegen Jesus. Die Vergebung, die sogar unsere Gedanken kennen und nicht auf ihrem Schrank, woviel uns zugegeben hat. Und er sagt, das war so gut gegangen. Weil ich bin in ein religiöses Haus aufgewachsen. Und da bin ich dankbar. Und das weiß ich nicht genau. Und ich denke, dass der älteren Sohn ihre Kinder ziemlich nahe abtreibt. Aber ich bin in so ein Haus aufgewachsen, wo ziemlich religiös. Und wenn man irgendwer den Nomen Gottes maßbringt, das schrumpft mir immer. Das hat mir gesagt. Dann pflegen, wie die, wie pflegen die von der Beise. Und die englische Welt wird eier Gottes in den Nomenbruch. Dann pflegen wir das immer. Ich denke, dass es wichtig ist. Ich habe mal einige Lehren gehabt. Ich habe mir eingefallen, was er doch bloß gehört hat. Wir haben noch vertreten. Ich kann nicht in der Wahrheit mit dem Mathe, nicht in der Wahrheit begreifen, was er sagt. Und dann sagt er, dass er nicht in der Wahrheit geht. Und dann sagt er, dass er nicht in der Wahrheit geht. Und dann sagt er, dass er nicht in der Wahrheit geht. Und dann sagt er, nein, 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 nein. Das ist nicht der unverhebliche Sinn. Dann sagt er, was meinst? Ich sage, Jesus wird sogar, wenn du dich anbelastet und du dich anbelastet. Und dann sagt er, na wo ist das? Ich habe mir die Bibel in der Arbeit und schluchte auf und lese das. Und dann sagt er, dass er die Friede, die Friede, die immer gelegt hat. Ah, du kannst dich noch gut nicht finden. Und das ist für wen ich hier will sein. Ich will hier sein für dich, was dich nicht getan hat. Du wirst dem hellen Gäste gelastet haben. Die waren nicht für dich. Die waren nicht für dich. Ich wollte leider nicht nur besprochen, aber ich habe keine Geschichte, wo du zwei Städte gehst und die Bibel schaut. Der eine, das sind alle beiden Evangelisten, die reisen, rahmen und prägen mit den Evangelien. Und sehr viele Menschen bekehren sich unter diesen Lehrern, unter diesen Evangelisten. Und der eine, der steht eigentlich auch im Stuhl. Und dann steht er da und dann hoff er da in der Magazine ab, er hilft in der Magazine ab, das war mir immer wichtig, weil ich immer anpassen. Und dann sitzt er da in der Früh von Afrika, mit der Baby-Hallung hat und hält es immer her. Und dann sagt er, wo ist Gott? Und dann sagt er, wenn das eine Wehrlichkeiten Gott gibt, er würde das nicht lohnen. Er dreht sich, du wachst von Gott, er hat niemand mehr, was von Gott zu tun. Dann kommt dann dein Partner, was er auch in der Liste, wo er tippt, wie man die Bibel schaut. Besicht, dass er den Besicht in dem Laden war, weil er den nach Gehren hatte soll, dass er die Gehren hatte, was er da hatte. Und dann sagt er, komm, was er. Und dann hat er Kraft, wenn er das letzte Mal hat. So, ich denke, die meisten Menschen, ich denke, alle die Frauen haben das nicht getan. Die haben das nicht getan. Die werden das aber tun, was er getan hat. Die haben nicht mehr gemacht. Und so, du wirst schon gesagt, wenn du das nicht getan hast, wird dir was tun anwaltend. Du wirst das ganz klar in die Salz walt. Ich hatte diese Entscheidung, ich drehe mich weg und ich gehe den Schlag hinweg. Und auch, du wirst nicht bloß so, du wirst nicht über Nacht passieren, du wirst nicht mal zu sagen, was du da hast. Und das hat nicht getan mit. Und sonst soll das nicht passieren. Ich war nur nicht irgendwie im Rüben. Sonst passiert auch viel, dass du fangst an, dass ich Frieden mitnehmen muss. Ich rede weiter, ich rede weiter sein, ich rede weiter geborene Menschen, die am Glauben leben haben. Die Angläubige, die will auch sein, die müssen nach dem Glauben kommen, um Jesus. Aber dort würde ich nicht sein von dessen. Das ist nicht so, was er hafte, ich schaffe getrunken, ich würde nicht sagen, dass das so eine Assort hat, was er bloß da ist geworden. Das ist nicht so, ich würde nicht sagen, dass das so eine Assort ist, dass das so eine Assort war, dass das so eine Assort ich würde mich nicht sagen, dass das so eine Assort war, dass das so eine Assort ist. Weil ich weiß, wie ich es kenne, Gott sei Dank, ich kann von Jakob sagen, Jakob, wir sind so nähe wie wir da sind, wie wir da sind, wie wir ja sind. Ich denke nicht, dass das nicht in meinem Glauben ist, so denke ich nicht, dass das so sein. Wir können doch nicht sein, was das andere am Ort angehen wird. Aber ich würde ihm eine Lessons geben zum Sinne, Das mache ich nicht. Aber ich will den sein, ich will den sein, was irgendwo denkhaft im Hellengest gelastet hat und fragt, wenn er nach Frauen hat, dann denke ich nicht, dass er auf dem Hellengest gelastet hat. Ich denke, das ist eine gute Antwort. Ich weiß nicht, wenn sie die Frauen gestalt haben. Ich habe immer gesagt, hast du noch Leute sein, weil du hast vor dir verfehlt? Dann sagt er, ja, ich habe ein und ich sage, so schuld. Okay, du hast die Antwort, du hast das nicht getan. Gott sei Dank! Preis Gott, du fährst. Und dann war es so leicht, dass wir uns das alles nicht vergeben können, dass wir bei dieser Frau kommen. Und dann denke ich bloß, jedes Mal, die kämpft, ich habe das nicht getan. Dann danke Gott, dass sie sterben für die Unterricht. Gott mell ich die größere Sünde als Zweifel, dass sie nicht bleiben können. Wenn sie heute denkt, wenn ich mir das nicht komme, kann Gott mir das auch nicht. Das ist nicht wahr. Gott sieht die Vergebung aus, dass wir begreifen können, wir sind so fleischlich. Auch den ganz geistlichen Menschen, der kann auch fleischlich sein, aber immer sagen, das kann ich doch nicht, dass Gott das noch weiter wird. Ich kann das bloß nicht machen. Wie feilen sie es dort, und wie sollen sie das schauen? Aber dann soll sie auf Glauben füllen sein, Jesus kommt zu mir da. Wenn es mehr ist, ich will noch gleich ein paar Wieden zu dem Helgen gestern, von dem Klima zu reden. Johannes Krippel saßt ihn, vor 5.15, wir wollen ihn nicht nennen, und das lesen. Johannes 5.15, saßt ihn, vor 5.15, und ich will noch einmal sagen, du sagt Jesus zu den Jüngern, er sagt, er sagt ihm, er sagt, er sagt, der Helge ist ein Monk, er sagt, 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 wenn wir uns als Gläubi sagt, wenn wir als Kinder Gottes, manche Ungläubi sind, dann viele Mal stehlen die sich an uns, und dann hat er mitgedeckt, dass der Helge ist, schafft wirklich uns, ob er auch direkt mitgeht, und dort ist der Helge ist, dass Menschen vermogen über Sinn, gerecht und gerechtigkeit. Alle Menschen wissen das, am letzten Tag, wo ich irgendwo von einem gerechten Gott stund, über den Sinn, wo ich dazu sinngerecht und gerechtigkeit. Gott ist ein Allgerechte an Gott, und du hast eine gerechtigkeit, und der Sinn wird der Helge ist, das vermogen die Menschen. In Christ kann man irgendwo nennen gehen, ohne dass er da umdenkt, dass er irgendwo da ist, und Jana stiehlt sich bloß mit den Leuten hier, wie er in der, mit dem Sinn der Sinn erhält. Er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er wird ihm zu trösten. Dort ist die Arbeit von dem Helge ist, und ich würde es das sagen, wenn man immer glaubt, ich habe ihm Helge ist gelastet, dann fange ich mich weg, dann hör ich da, und wenn die da anfangen zu brennen, dann weißt du, dass der Helge ist, hat ihn noch nicht verlassen, der Helge ist vermogen. Aber ich denke, das ist ein Fehler, ich werde das noch jeden Mal, wenn ich den Körg vorhanden habe, und ich habe hier nur eine schöne, wahrhochige Botschaft. Ich berühre dort, dass ich noch irgendwo etwas trachten habe, und im nächsten Monat, dann freu ich mich bloß, dass ich mich so freu, dass ich noch einmal ein Pott von sehen konnte. Ich weiß nicht, du weißt ja was Jakob, aber ich habe nur Diesternis belebt. Aber wir sind so sehr erregt, dass wir können über das Leben von Diesternis und das Leben von Licht in Leben lang kommen. Das ist so schön, wenn wir in Licht von Leben, in Licht bei einem Leben dann, wir vergehen sogar von der Diestere Welt, aber trotzdem nicht erscheint, es entsteht im Leben. Die Diestere Welt ist sehr schwierig, es entsteht im Leben. Sondern wo die versunken sind, der ihr dann nicht scheint. Nicht in der Wahrheit, ja? Vielleicht für ein Stück, vielleicht für ihr dann. Ich glaube, die vielen Profilen, dass wir uns in den Antibelen waren, dass sie nicht waren, dass sie nicht waren, wo sie dort waren, aber dann auch, ich denke, das soll so sein, ich glaube, das soll hier auch nicht mehr sein. Aber ich denke, in einer Städte, in Matthäus 8, wo er Peutus kommt, Jesus fragt, woher soll ich vergeben? Dann sage ich dir, nein, sieben mal sieben, ich habe die Frage nicht mehr vergeben, in der Moment hast du dich zu sagen, alle drei zu können. Nur, wenn Gott, der wir auf Himmel in Licht gemerkt haben, der dort zu mir, die aus schwachen Menschen, sage ich, wie soll man, sie werden vergeben? Woher wird uns dann vergeben? Das hält er überhaupt nicht mal, und denkt, wann wir haben gesündigt. Aber danach war das, das ihr mal getan. Nein, nicht, wenn wir uns Frieden geben, zu sehen. Aber wir werden nicht nur sagen, okay, ich habe nur so viel mehr Sinn, als du genug hast. Das darf ich nicht. Genug können wir nicht hinzuhalten. Du hast immer mehr genug Sinn. Ich glaube nicht, dass du so viel Sinn hast, dass du dich nicht schaffst, zu bedauern. Das darfst du rein, oder nicht? So, dass es mir so ein Wettfall, ich denke, dass du so ein klarer Rede gekommen bist. Ich sage Gott, Gott, dass ich dir rede, aber ich habe das gedacht, ich habe das nicht klar. Und so, ich denke auch, das wäre eine andere Hand. Und so, ich glaube, jetzt fahr ich, bitte, die hat es noch... Fabius, wir haben das noch ein paar Minuten ewig gemacht, damit es eine viel deutlichere Unterhaltung ist. Ich denke, dass du das jetzt von vorhin hundert, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, sondern mehr, weil du mich beleidigt hast. Und wie weitern wir das Verstand schaffen, die bringt das immer immer wieder frisch ab. Wenn wir das so viele Anteure haben, dann wird das doch verlascht, was wir da nicht mal mehr an denken. Aber ja, du redest von dir genug. Das sagt, wir sind, überflüssig, als du wirst du genug, noch mehr überflüssig. Ich will das noch weiter betonen, nicht mehr. Das war wichtig. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo du eine ziemlich große Indauntigkeit hast. Ich kann mich bekehren, nicht sein, nicht gut, nicht alles gut. Ich denke, das, was du büßfertig hast, was du vor Gott leben darfst, nein, ich will das nicht. Ich denke, für dich ist das ganz anders, als von, was wir hier vertellen. Und du weißt, dass ich das noch nicht vollkommt, dass du büßt, über das, was ich getan habe. Die Leute haben, die so gesungen sind, die so gut ist, das büßfertig leben. Das ist einfach ein Leben von, ich möchte, ich habe das nicht unbedingt vergeten, im Gebüß. So, Fenn. Ja, ich glaube auch, ich glaube, dass Fenn beantwortet wird. Ich bin auf ihrem Stamm, bei der Fenn, und ich freue mich, dass Gott das so klar ist, und ich würde noch wahrer sein, wenn du eins zu sein, die sagen, okay, ich habe noch nicht diese Richtung rückgebracht, ich möchte noch von einer anderen Richtung sein, und wir wollten, ob du das Hebräer saß, Hebräer Tieren, das ist, wo viele sind im Zweifel gekommen. Und ich würde sagen, in der ersten Zeit, dann dürfen wir noch dort. Aber wenn die Frau kämpft, wenn du das nicht klar ist, dann raubt wir uns an, und dann werden wir noch weiter. So, in so ein paar Minuten, wird das hier geäußert, dass es so weiter ist. Aber danach, freut mich, dass du das rückgekommen. Und so, ich möchte alle ihr kreieren. Und ich möchte, wenn die Frauen haben, auch verschiedene andere Dinge, rauben mich an. Mein Fuhn ist 806, 201, 197, und ich freue mich wirklich, wenn wir mich auch raubten, dann sage ich, ich möchte gleich hin, wenn die von Jantin oder wir heiraten, in West Texas, über die von Jantin, dass wir auch haben. Ich möchte mir das durchschreiben, und dann wollen wir ein Stück kommen, und verteilen, was wir für sie hinterbeantworten. Und so, war er, Gott hier, für das alles. Gott wird es sein.